Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Trockenheit ist wieder ein Thema in Deutschland, vor allen Dingen der Osten und auch der Nordosten. Da gab es bisher im April fast noch überhaupt keinen Niederschlag. Und da es in den kommenden Tagen dort sehr sonnig und auch sehr warm weitergeht, wird sich diese Trockenheit in vielen Landesteilen weiter verschärfen. Nur im Südwesten, da gab es nun in den vergangenen Stunden mal etwas Regen, aber auch das war meist nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Schauen wir uns mal die Niederschlagsummen an bis zum 24. April und das ist der Mittwoch nach Ostern. Und wir sehen im gesamten Norden, im Osten und teilweise auch im Südosten, da fällt fast nichts vom Himmel. Ja und diese Niederschläge hier im Westen und Südwesten, die resultieren im Großen noch von den Regenfällen der vergangenen Stunden. Teilweise hier 10 bis 15 Millimeter Richtung Schwarzwald auch mal bis zu 30 Millimeter. Aber sonst gab es wie gesagt oder gibt es in den kommenden Tagen fast nichts. Es bleibt also extrem zu trocken und diese Trockenheit, die wirkt sich auch bereits auf die Pegelstände aus. Wir sehen hier den Rheinpegel bei Worms, gerade mal noch unter 1,50 Meter und die Prognose über die Osterfeiertage, die geht weiter Richtung 1 Meter Marke und das ist für die aktuelle Jahreszeit wirklich ein sehr geringer Pegelstand. Aber auch die Elbe im Osten Deutschlands, wir sehen es, großartig gestartet am 20. März. Teilweise hier bei einem Stand von 3,75 Meter ging es dann immer weiter bergab. Ja und wir sehen aktuell ist der Pegel sogar unter die Marke von 2 Meter gefallen und mittlerweile liegt er bei gut 1,50 Meter. Die Tendenz ist eben auch weiter fallend. Ja und wie geht es weiter in den nächsten Tagen und Wochen? Schauen wir uns mal die Monatsprognose an vom US-Wetterdienst NOAH für den Mai. Und wir sehen auch der Mai kann in einigen Regionen zu trocken werden. Das sind diese orangenen Farben. Lokal vielleicht in der Mitte auch mal etwas mehr Regen. Aber schauen wir weiter Richtung Juni. Ja und wir sehen der Juni, der könnte extrem zu trocken werden. Von Osteuropa bis Mitteleuropa deutlich zu wenig Niederschläge. Also auch dieses Jahr könnte Gefahr laufen, wieder extrem zu trocken auszufallen. Ja und das Wetter für euren Ort, das gibt es natürlich wie immer hier bei uns bei www.wetter.net. Tschüss, bis bald.